Einen wunderschönen guten Morgen an diesen herrlichen Freitag. Wie ihr seht, lege ich noch im Bett, liebe Safflis-Badezimmer, richtig sicher. Ich mache das Ganze auf deinem Weg vor Ort, weil ich habe diese großen Sklera-Linsen. Wie ihr seht, lege ich noch im Bett. Wie ihr seht, lege ich noch im Bett. Wie ihr seht, lege ich noch im Bett, lege ich noch im Bett, lege ich noch im Bett. Und wie ist der Anemok? Geil! Muss ich ehrlich sagen? Ja? Äh, jetzt sehe ich nichts. Es ist wirklich geil. Keine Ahnung, ob ich im Bett bin oder nicht. Die Deutschen, die sind echt ein Wahnsinn. Die fragen für jedes Foto. Bei Fragen, ob sie es veröffentlichen dürfen, bedanken sie so vorsichtig. Es ist ganz so anders als in Österreich. Es ist einfach nur der Hammer da. Geil! 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 Musik Musik Es ist so kalt, es ist so kalt, es ist so kalt, es ist so kalt Ok, mit der Zeit wird es echt schier Wann winkst du nicht? Oh man Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.